Hallo meine Lieben, willkommen zu unserer neuen Folge und zwar sind wir heute ganz nerdig mit Brille unterwegs, weil es schon so spät ist. Im Spiel und Außenspiel. Es muss sein, in Endgand. Endgand ist eine kleine Auslande. Es gibt eine komparatively größere Auslande, die Linel Island, aber das ist die Exception. Ja, ich denke, die Erthpulse-Polze ist wahrscheinlich da. Endgand, hm? Die Wasser sind schützt von Ghost-Ships, du weißt. Ghost-Ships? Ja. Die Geschichte hat es, sie schützt die Verkaufs, die mit Gehälder schützt, und sie wegzüttet zu diesem Eternel-Voyage. Das... nicht so promising. Kurrenten von all over the world convergen in Engen's waters, so a lot of shipwrecks from distant seas end up there as their final resting place. Aha. Ah, so that's where the stories of ghost ships come from. Boo, you guys have no imagination. I'd rather they stay imaginary myself. We should still be careful. We'll be fine. Ghost ship, Exorcist, whatever comes along. We'll be the ones to administer their last rites. Just one Therian to go. When I escaped, Ceres told me that Artorias could still be killed. That means she must have known everything. That Inominat is incomplete. How Therians work. But why did she betray Artorias? Why did she give me her strength? I know that try as you might, some fires can never fully be extinguished. But what made you go so far as to feed yourself to me? Tell me, what did you do it, Sis? Oh, what am I saying? Ceres was a Moloch. Just a Moloch. Just focus on what has to be done. Exactly. Just a Moloch! She said in the space of at least two Molochs and there is the third one. Ha ha ha. Ja. Oh, das ist sie. Ach so, das ist sie. Oh, Medissa. So long as you do what I say. Fine. I love you, Medissa, and you don't even care. Uh, what's going on here? Eleanor, Medissa's being mean. She keeps telling me to dry my hair after my bath, but I don't wanna. What? Is that all you're arguing about? This is important. Just because she's a Therian doesn't mean she can't catch a cold. But I won't. I won't catch a cold. I swear. I don't wanna take Mom's yucky, awful medicine, so I'm not gonna get sick. If you insist on being so stubborn, we can do this the hard way. There's no need for everyone to get so worked up. Her hair's pretty much dry already, right? Yeah, what she said. I'm spoiling her, aren't I? Look, we don't even know what would happen if a Therian catches a cold. Let alone how to treat it. That's true. But look, I get it. I know you feel responsible for her. You mean, what happened to her mother? Was it you überhaupt erst mal gebadet? Yeah, Luffy said told me about it. My, my. Look who's a little tattletale. I'm sorry. But I thought Medissa should know. Just in case. It's fine, I suppose. I should have told her myself. Well, at least I understand everything now. It's all too tragic for words. Yes. And the knowledge would not be something that a young child could possibly bear. I'm not planning on telling her. That's probably your only option. But do you really think you can keep lying to her forever? I have to. For her own sake. For her, huh? Alright. I'll go with you on this. You two are going through an awful lot of trouble for a selfish kid. All kids are selfish. They're selfish. They're selfish. But that's what their families and their mothers should be there for. Don't you have any memories like that yourself? Sorry, but I'd rather just keep them to myself. Fish and Piffle. Everybody and their issues, am I right? We're coming up on Lionel Island. So much for the ghost ships. Should we expect another welcome party waiting for us again? No. I had the Bloodwings spread a rumor that we were raiding an abbey compound far, far from here. As far as plans go, that's better than nothing. Hmph. All this cloak and dagger. Give me a good old frontal assault any day. First mate, sir. There's a ship drifting ahead of us. A ghost ship? A ghost ship? A ghost ship? A ghost ship. 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 A ghost ship signalling distress has neither allies nor enemies. That's a code all seafarers abide by. It's an obvious trap. Not even pirates would use a distress signal for a surprise attack. Of course. A ghost ship. We'll still strip them of everything they've got. Anyway. If it's a trap, we'll kill everyone in the world. Of course. Vergessen, dass wir die Piraten sind, wahrscheinlich. A waste of time, to ask me. Oh je. Ah. Magielo wird noch recht behalten. Wieso oft? Wahrscheinlich nicht. Nicht für alle. Ihr wisst doch gar nicht, wie viele da liegen. Vielleicht sind sie unter direkt nochmal 50. Okay Wow, okay Wie wäre es, wenn wir sie zuerst heilen, dann kann die auch ordentlich sprechen mit uns. Ich kann die kaum hören. Wie wäre es, wenn wir sie zuerst heilen, dann kann die auch ordentlich sprechen mit uns. Ich kann die kaum hören. Leute, was ist das? Tuse, setz dich hin! Ruhe dich aus! Nimm die Medizin! Dann können wir dich auch verstehen! Ja, ja, ist okay. Pass auf, wir wollen ihnen das gar nicht geben. Das ist so, was wir wollen. Das ist so, was wir wollen. Okay? Okay, gut. Ich weiß, dass du mir nicht vertraust kannst. Also nicht mir deine Medizin. Ich werde mein Leben in deine Hand. Nur, sicher, Oscar. Frau Theresa! Bald haben wir die Abby übernommen! Dann brauchen wir keinen mehr töten! Dann machen das unsere Untergebenden für uns schon. Ist ja nicht zu glauben. Also, du wirst sie glauben? Das ist so, was du glaubst? Das ist so, was du glaubst. oder weit über ihre normalen Grenzen. Es scheint, dass wir in eine wirkliche Kampf haben. Und sie sagte, dass Melchior es auch entwickelt hat. Vielleicht ist das, warum er so intensiv hat, auf die Siegfried-Relik zu erzeugen. Wenn das alles wahr ist, ein Frontal-Aßult nicht wäre die beste Idee. Aber warum denkst du, Teresa, zu gehen so weit, um zu schützen Oskar? Oskar ist der zweiten Sonne der Dragonia-Familie. Aristokraten mit Ancestralen Tiefen mit der Asgard-Royal-Lineage. Von dem ich verstehe, er wurde in der Abbe, in der Hoffnung, um zu stärken, seine Familie-Familie zu den Gruppen zu erzeugen. Für das Gehrein der Blut-Line. Das passiert immer so. Teresa hat ihn in der Abbe, wo sie sein konstant-Savior war, selbst wenn sie es von ihm gehalten hat. Also sie ist ein anderer Nobler, auch. Sie könnte ein einfaches Leben haben, wenn sie es in ihrem Platz gehalten hat. Nein, Teresa wurde aus der Formel-Matrimonie und ihre Mutter war nicht aus dem, was Sie sagen, High-Standing. Eleanor, ob du uns das verraten darfst? Ja, ob du das verraten darfst? Haha. Mhm. My mother died, so I merely served the Dragonia family as a maid. Does a sister need any other reason Außerdem kann man lieber besser verstehen Ähm, was passiert mit Nummer 1? Lord Artorias hat mich entfernt. Wie steht, bin ich ohne die Macht eines Exorcismus. Wie gesagt, ob ich live oder sterbe ist für dich, die Leute zu entscheiden. Als Oskar ist sicherlich, kannst du was für mich machen. Wir machen wie du möchtest. Alles. Geht's hier? Die nimmt uns sonst wieder weg. Ich habe da etwas neues vor euch. Seht es euch an, falls ihr interessiert seid. Tocke tocke. Ich brauche auf jeden Fall mal einen, der mir hier was verkauft. Oh, guck mal hier. So riesen. Das ist mir erstmal. Klar. Traumselig. Juhu. Da sollten wir mal mehr verkaufen. Juhu. Da sollten wir mal mehr verkaufen. Juhu. Ich bin sicher. Juhu. 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 Ja. Ja. Juhu. 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 Ja. Das haben wir uns ausgedacht. Ich weiß. Das hat mir in einem Dorf nämlich schon erzählt. Nein, das ist ganz normal, du ignorierst das nur. TUSSSE! Sorry. Trust it. Schön. Ab da führer. Ab was! Das Ding hat ganz schön lang gedauert. Oh, was kriege ich hier endlich diesen Geoboard-Baum? Ich will ihn endlich haben! Also ganz habe ich das noch nicht herausgefunden, wie das mit den Farben hier funktioniert. Man muss einfach so lange ruprobieren, bis das mal durchkommt und ein Detektiv ist. Oh, was er hat mich für mich? Oh, die Pinsen sind sehr stark. Eisen, schauen Sie mal diesen fein specimenen eines Stags. Oh! Ich glaube, das könnte ein Rhinoceros-Beetle sein sein. Listen, ihr zwei. Wenn ihr in eine andere Kampf über das, dann sage ich, dass es ein neues Art von Drone-Beetle ist. Du wirst nicht. Du hast wirklich herausgefunden, was das? Haha! Elinor, du hast ihn nicht gesagt, hat er, hast du? Ich habe nicht gemacht. Ich habe ihn mit ihm gemacht, aber er ist nicht mit mir gefertigt. Ein Moloch. Sieht so humanisch. Ich dachte mir das so. Molochim hat eine freiwillige Wille, wie die Menschen? Es war unverwaltig. Aber ich habe mit Lafayette und Aizen die Wahrheit gezeigt. Sie schreien in glücklichsten Zeiten, und schreien in glücklichsten Zeiten. Seine Stomachen auch grünen. Seine Stomachen grünen? Jetzt nehme ich es als eine Sache, dass nicht nur Molochim, aber auch Dämonen und Therians haben ihre eigenen Gedanken und Gefühle. Ich dachte, du hattest Dämonen. Ich glaube, du hattest Dämonen. Aber jetzt fühle ich etwas außerhalb nur Hattest. Molochim mit freiwilligen Wille? Dämonen und Therians auch? Du musst du das Gefühl haben, in Lafayette. Oder du hattest nicht die Beetle für ihn, als du ihn sahst. Du musst dich erinnern, als Oskar war ein junger Junge. Am ich richtig? Das ist ein Ja! Oh ja, hier ist ja gar kein Sprecher. Ich denke, dass du ein Plan bist. Ich denke, dass du ein Plan bist. Ich benutze dich als Hostage, um Oskar zu schützen. Und du auch nicht versuchen etwas lustig zu tun. Ich denke, dass du ein Plan bist. Nein, Sprecherpunkt. Genial. Du begeistert. Nein, Sprecherpunkt. Genial. Was geht jetzt? Das ist doch so weit, oder? Das schien mir ja am Anfang eigentlich sehr vernünftig. Ernsthaft, Junge? Sehr brav. So mag ich das. Gutes Mädchen. Ja. Soll ich schlecht auf ihn reflektieren. Frau Theresa? Hast du vergessen? Du bist nur ein künstlerer Mensch. Du bist richtig. Ich bin ein künstlerer Mensch, künstlerer Mensch. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es ist okay, Frau. Du hast genug gemacht. Nein, nicht auf mich! Ich bin so dumm. Als ich in der Schule war, der einzige, die meine Mutter und Vater immer aufzunehmen war, war mein größter Bruder, der Heer. Hat er sich umgekehrt?! Oscar... Das ist immer noch leidig. Okie dokie. Okie dokie. Okie dokie. Okie dokie. Okie dokie. Was gibt's denn nicht? Oh nee! Wie tust du das noch? Wir haben sie zu dir gesagt! Das wird sie uns nie verzeigen, wenn Theresa wieder zu sich kommt. Dann können wir sie gleich hinterher schicken. Ja, aber ohne Scheiß! Der hat uns angegriffen, der Spacko! Gut. Ich weiß nicht, was er getan hat. Er schreit auf mich und sagte, ich war die Frau. So süß, so innozent. Der hat uns angegriffen! Andere Situation! Nein! Nein! Du bist so schwer! Oskar... Ich werde dich alle fixiert. Jangan schreien, Oskar. Du bist stark. Du bist so stark. Oskar... Tereza... Oskar... Und wir haben noch nicht den Therien, die wir gekommen sind. Er... Oskar kam zu ihm zuerst. Das... Ich musste... Es war für Lofi... Für mein... Little... Brother... Das ist so... Das ist so... Das ist so... Und ich hatte keine Wahl. Es war der einzige Weg, um dich zu retten! Es war alles für dich! Ich habe es für dich! Ich habe es für dich! Ich wollte das nicht! Ich habe es für dich. Ja... Hahaha They supported each other ever since they were children I just did to them what they were going to do to us And who will killing them save? The soul of my murdered brother Whatever the case, we messed up the Therian part of the plan They're probably making a new one as we speak There's no time to waste Let's go back to the port and start our search Yeah The whole medicine was for nothing Only because they thought we had to do it I had to do it All of it Velvet I never expected that Velvet would actually eat Theresa What else could she do? We never expected that Theresa would be a Therian either Velvet and Lady Theresa weren't so different They both loved their brothers Not everyone loves their brothers Some just want them dead Hmm So where does this leave us? It seems we must search for the new Therian that will fill the void left by Theresa It won't be easy to find another who could become a Therian Hmm Then it won't be easy for the Abbey either And they still may not be able to awaken in Ominot We still can't assume that we're in the clear though No, we can't If it takes time for the Therian to be reborn This could be our chance to strike Whatever happened The seven Therians ties have been severed from Ominot But we won't know if the Empyrean has been weakened until we find out for ourselves I can try and see if I can sense the new Therian So let's go back to the prison island first But I think Velvet needs time to rest Right If we're gonna take down Artorias, she has to be there with us Yeah Tja Was greifen die uns doch alle an, hey? So doof Am Anfang hatte Theresa ja noch richtig gut so schnell reagiert Und dann gerät alles wieder außer Kontrolle Dann dürfte die sich echt nicht wundern Oder beschweren Ehrlich Haha Ahhhh Wow 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 That information came from the Bloodwings? No From a Peddler I often do business with Exorcist operations like this are usually kept a closely guarded secret And you're telling me a regular civilian knew about it? You think it's a trap? Trap or not We don't have a choice Our enemies know the odds If they've set a trap for us That means they think they can win The Armatus Yes They're likely to throw armatized exorcists at us Even your demon arm can't eat Armati You might just have a real problem on your hands If I can't devour them Then we kill them Yeah We wissen ja jetzt dass es ne falle ist, ne? Like with Oscar But his Armatus was still incomplete From what I could gather If the Exorcist remains armatized for too long Their Molok will turn into a dragon But to prevent these dragons from running wild Melchior embedded self destruction art in both Exorcist And Moloch To think they would go that far To think they would go that far This is all just conjecture of course But we should prepare ourselves as best we can Just make sure not to leave any regrets behind Hep lines are coming from the characters Evil hardnah Actually there's nothing to choose Even if they did let us know on purpose Why would they leave us be? I would've expected them to press the attack against us Even if their aim is to capture our allies Das ist ein ganzes Wettbewerb. Der Plan ist zu viele Bälle. Das ist ein Puzzler. Melchior war da genau da. Er hat nicht versucht, Orthras zu schützen. Ich verstehe es nicht. Es ist wie sie mit uns spüren. Ich sehe auch keinen Punkt in das. Sie müssen wissen, dass wir nicht aufgeben werden. Eigentlich, das könnte sich näher sein. Was ist, wenn sie nur versuchen, uns zu retten? Alles wäre gut, insbesondere den Assault auf Titania. Was ist passiert, ich glaube nicht, dass wir es lieben werden. Ja. So, Elinor, über die Armatis-Oskar benutzt. Ist das etwas, die Abbey hat gearbeitet? Ich habe noch nie involviert in Weapons-Development oder so. Aber ich habe gehört, von einem secreten Forschungs-Division. Die Worte war, dass sie die Ärzte-Kröle und Bücher von allen Körner des Empires. Wahrscheinlich, Theresa wusste etwas von der Ärzte-Tung. Und sie hat sie in, um zu helfen, von Zeit zu Zeit. Sie arbeitet auf Enominat? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber ich denke, die Bücher vor allem über Kontrollen. Das ist Siegfried von Zevied. Es ist ein Art von Kraft-Kontrollen-Divis, oder? Die Abbey hat wahrscheinlich über Siegfried von einer von diesen Büchern überlegte. Und er hat sich... Also, Mell? Es war... Le... 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 Le...